Assisted Hatching, also Assistenzion, Hilfe bei dem Schlüpfen des Embryos, ist eine Mikro-Manipulationsmethode, eine embryologische Methode, bei der man vor dem Transfer die Hülle des Embryos, die Zona Pellucida, perforiert. Heutzutage wird es meistens ganz kurz und ganz schnell mit dem Laser gemacht und dadurch soll dann das Embryo einfacheres Leben haben bei dem Schlüpfen. Mehr Energie kann es sparen und es kann einfacher rauskommen.